Meister, Meister, gib mir Rosen auf mein weißes Kleid, stech, 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 stech in den blusen, unberührten Mädchen lang. Ein gutes Mädchen. Das Mädchen lief einst fort, verließ der Kindheit schönen Ort, verließ die Eltern und sogar den Mann, dem sie versprochen war. Vor einem Haus, da blieb sie stehen, da innen war ein Mann zu sehen, der Bilder stach in nackter Haut, da rief das blute Mädchen laut. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid, stech, 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 ste Diese Rosenkosten, Blutkosten, sprach der Meister sanft und gut. Händenfreud ein junges Leben, will dir lieber keine geben. Doch das Mädchen war verneid, hat auf Knien ausgeahnt. Bis er nicht mehr widerstand und die Nadel nahm zur Hand. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Treib. Stell die Blumen in den großen, unerrührten Mädchen bleib. Und aus seinen tiefen Sticken wuchsen Blätter, wuchsen Blüter. Wuchsen unbekannte Schmerzen in dem jungen Mädchenherzen. Peter hat man sie gesehen, einsam an den Wassern stehen. Niemals hat man je erfahren, welchen Preis der Meister nahm. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid. Stech die Blumen in den großen, unerrührten Mädchen bleib. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid. Stech die Blumen in den großen, unerrührten Mädchen bleib. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gendarzen sind in derech, dieáser China finde, die es inurenrührte. Nummer, 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 Nummerstre, dre'llhabe因 denărten June, Rosen, und die dem Untertitelung des ZDF, 2020